So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei einem weiteren Let's Play, und zwar dieses Mal Baldur's Gate 3. Ich starte hier als absoluter Noob rein, ich habe keine Ahnung, ich hatte Bock aufs Spiel, aber keine Ahnung, vorm Spiel, und ich dachte, wir versuchen es einfach. Es ist wie immer ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube-Nacht eigentlich hochgeladen. Zu den Twitch-Sachen ein paar Infos, es gibt die Twitch-Integration, das heißt, der Twitch wird mit abstimmen können, das heißt, ich werde immer wieder mit dem Twitch interagieren und reden, wenn ich es auf dem Let's Play-Chain gucke, das ist wichtig für euch, einfach, dass ihr es wisst. Ich werde die Sachen aber vorlesen, die ihr in den Chat schreibt, damit ihr auf YouTube wisst, was gefragt wurde. So, so viel sei gesagt, dann würde ich sagen, let's go, wir starten einfach mal. Entdecke ausgeglichen Taktiker, ich würde sagen, ausgeglichen, ein ausgewogenes Abenteuer, voller Herausforderungen und Entscheidungen, ich würde sagen, das klingt gut. Aha. Ah ja, Nacktheit ist zensiert hier. Ah ja, Nacktheit ist zensiert hier. Ah ja, Nack, da ist ein ausgewogenes Abenteuer, Was ist das? Chat, ist Lautstärke gut für euch? Tutorials können dir helfen? Ja, ja natürlich, let's go, immer aktivieren. So, also es gibt mehrere Klassen. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Es gibt super viel. Okay, ich bin jetzt schon überfordert. So, also Herkunft. Ich hab echt keine Ahnung. Was machen wir denn? Nach 200 Jahren der Meister, Vampirbrütling, unendlich frei. Ich bin nach Macht streben. Ich will eigentlich einen eigenen Char, oder? Das sind die Originalcharaktere, die man auswählen kann. Ich meine, das ist ja schon ganz witzig, ne? Also, es gibt schon cooles Zeugs. Aber ich würde sagen, wir machen was eigenes. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wie kann ich das dann einstellen? Aha, hier kann ich, hier ist vorgefertigt. Und hier stelle ich selber ein. Okay. Das heißt, wir machen einen eigenen. Keine Ahnung, wir machen einen Mensch. Und was gibt es alles, Moment. Elf. Ethan. Braun. Albling. Hahahaha. Hahahaha. Unten unter Aussehen bearbeiten. Hahahaha. Aber warte mal schnell. Ich muss doch zuerst mal kurz gucken. Also, wir haben einen Gnome. Einen Drachenblüten. Einen Tiger. Ja, ganz cool. Einen Halborg. Wenn man so etwas fragen, hast du dein Game mit der Integration verbunden? Ja. Habe ich doch vorhin gefragt. Ähm, da hat niemand geantwortet, bevor ich das Let's Play begonnen habe. Und wir werden nachher sehen, wenn ich im Spiel bin, ob das funktioniert oder nicht. Äh, aktiviert sein müsste es. So. Ähm. Tja, ich weiß noch nicht, worauf habe ich denn Bock? Ein Gnome. Aha, die haben noch verschiedene Boni. Wilde Angriffe, Durchhaltevermögen. Oh, da kann man sich ja voll durchlesen. Scheiße. Also, die Twitch-Integration geht erst, wenn man im Spiel ist. Ja, und da haben wir es doch. Ja, das Ding ist halt, ich habe null Plan, ne? Da gibt's viel. Ja, Let's Play Charakter-Erstellung. Ja, das Simpelste wäre wahrscheinlich einfach, wenn ich Mensch nehme, ne? Ih, Mensch. Ja, was will ich machen, Chat. Ich glaube, wir machen das einfach simpel. ein Mensch habe ich sie zufällig mit pinken Haaren ein Zwerg Alter was ist dein Zwerg denn für Vorteile nein wir machen es simpel ich mache einfach ein Mensch das ist schon okay Alter was gibt es denn hier jetzt wieder alles hmm was war das halb elfen haben halt elfen und menschenboni ah so ups ne ne zurück ein halb elf ein halb elf wäre ja nicht schlecht was meint die chat halb elf halb elf halb mensch wer das ging dankeschön eine Stufe eins habe dann für 40 Monate ja okay lieber halb zwölf halb hoch elf aha das ist nochmal unterteilt ihr krass man also sicher ein Waldelf was hat ein Waldelf denn Feuerpfeil 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 ist schon gut ne gut machen wir ein Waldelf ein halb Waldelf das ist okay so jetzt gibt es noch verschiedene Klassen Barbar Barde Kleriker Druide Kämpfer Mönch Paladin Waldläufer Schurke Zauberer Hexenmeister und Magier wir machen einen Waldläufer finde ich auch gut Erzfeind Kopfgeldjäger ein bisschen Nachforschung geübt Kreaturen die entweder Fanker oder Nachkampf trifft sind bei Reinungsluf im Nachteil wieder des Schleichens Magiebrecher Ne wir machen Kopfgeldjäger finde ich gut einen Vertrauten einen Feengeist oder eine Tiergestalt eine Wahl annimmt ja wir machen das achso mit T kann ich das sperren und drüberhauen ja passt bevorzugtes Gelände Tierbändiger Trauten finden Feuer machen wir mal Tierbändiger das ist schon gut Goldfisch ja wir werden Goldfisch erzählen und so Hintergrund Scharlatan Akkult Krimineller Behaltungskünstler Volksheld Tiefe erkennen ich schaue Personen und Situationen erkenne Lügen Lügen und Betrüge verdreht die Wahrheit Krimineller Lügen und Betrüge verdreht die Wahrheit zweimal Tierbändiger ja weiß doch nicht gibt es da keinen Bonus für dann also da machen wir Hüter des Schleiers damit wir nicht zweimal die gleiche Fähigkeit haben ihr habt schon recht Jet wie gesagt ich habe keinen Plan ich stütze mich hier einfach rein wenn ihr es auf YouTube guckt könnt ihr einfach skippen Herzfeind beeinflusst die Fähigkeit nicht die Fähigkeit kommt vom Tierbändiger ja das weiss ihr schon dass das hier vom Tierbändiger kommt aber wenn ich hier achso der Kopfgeldjäger hat gar nicht die Fähigkeit Tierbändiger drauf das ist separat ah ja stimmt ihr habt recht nein dann lasse ich Kopfgeldjäger finde ich doch gut ja es sind passive Fähigkeiten die keine Zauber geben danke euch beeinflusse Tiere streiche alle Hunde mit Tieren umgehen okay wir sind ein Volksheld und können gut mit Tieren umgehen oder finde ich gut let's go so Attribute jetzt ist es aktuell ausgeglichen ich könnte hier noch ein bisschen bisschen drehen ich glaube ich lasse es tatsächlich einfach so ich würde es mich einfach rein da wohl den Bonus ne weiss hat es schon gut für den Waldläufer glaube ich rein von dem was ich texttechnisch lese das ist empfohlen ich vertraue dem Spiel mal bin nicht sehr intelligent wie gesagt wir stützen uns einfach rein passt schon never trust the game naja bei den Einstellungen hier kann ich ja wohl schon ne würde ich jetzt meinen so dann bearbeiten wir noch das Aussehen ja das ist einfach das Gesicht naja das passt schon so ich hoffe die Lokale sind freundlich ok ich hoffe es ist weiblich ok finde ich gut das seht ihr natürlich wieder nicht warte ich blende mich schnell hier ein ich mache mal so ein paar Naben ne ja das ist okay reife ach so wie alt ich bin Anzahl der Sommersprossen ne passt schon Intensität ne das ist alles gut Körperschmuck alter alles einstellen kann so das ist unser neues Ich Elfengold ja das passt schon sind schöne Augen das passt für mich auch so ich dachte mehr an das hier oder also das ist einfach ihr seht ihr seht ne dass ich den Charakter so baue wie ich aussehe what ich musste natürlich ich musste darauf klicken oder ich musste darauf klicken es war ja klar es war klar dass ich darauf klicken musste so was haben wir noch kommt eher hin kann man noch eine Glatze machen jetzt noch eine Glatze oh oh was für eine schön geformte Glatze krass was machen wir hier ne das hat schon was alter kann man stundenlang oh wie schön guckt an Rapunzel Rapunzel so ja ja was war der das hier okay damit haben wir das eigentlich gemacht glaube das ist schon okay dann würde ich sagen fortfahren ich meine ich wir könnten jetzt hier ewig ne aber ich lasse es jetzt einfach so das passt schon das ist Frisur kann man sich auch noch ändern oder so I don't know whatever so hab ich hier alles muss mich noch schnell hier wieder rüber machen ne ok dann wollen wir mal fortfahren ja also ich bin kreativ wie immer ja das Nexus können wir aber noch ein 4 stellen warum denn weil ich damit größer bin also das ist das ist kleiner weiblich das ist kleiner männlich das ist größer weiblich und das ist größer männlich oder wie ist das aufgeteilt ja nö also ich glaube das trifft es schon Jet was sagt ihr die 2 oder die 4 schreib mal ran 2 oder 4 ok das ist eindeutig die 4 schreiben alle 2 die 3 ja glaube eher nicht das passt schon so Mato Prince dankeschön für den Resub danke für 500 an die bis auch ok ist eindeutig die 2 eindeutig die 2 wir machen weiter der Name ist Nexus Betrauten finden Waldläufer Wald halb 11 super ok du brauchst einen Wächter wähle einen ein Wächter ist jetzt ein Begleiter von mir oder ich bleibe mir schnell hier ein wow Zero dankeschön für den Prime danke für ein ganzes Jahr und danke für 12 Monate bei der River so Thiefling ne weiß ich nicht passt doch gar nicht Mensch hmm Jet schreibt mal rein wie soll was was für ein Volk soll unser Wächter haben yes ein Zwergentank ein Gnome ein halb 11 ein Gnome dann ist eben ein Thiefling Thiefling du magst Turner ok zwerg zwerg halbling zwerg 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 zierling draw draw halb 11 11 ok das ist sehr unübersichtlich das ist keine große Hilfe nein nein Thiefling nehme ich nicht und gerade der erste Volk so ein ja genau naja das ist halt ist halt das Spiel ne womit ich mich am ersten Alien verziehen kann naja meinen Charakter habe ich ja schon gemacht was ist ein Draw denn unterreich getrieben haben die meisten nur einen rückseiten von diesmal entwickelt jene die sich verschonen haben schützen ja komm wir machen den Halbock oder also warte so du in den Chat fragst keine Ahnung wenn der Chat bei der Entscheidung hilft ne wir machen wir machen wir machen einen Elfen aber als Waldelf macht das Sinn ne das macht nicht Sinn ein Zwerg was gibt es hier für keine Unterarten aber hier gibt es Unterarten ein Waldgnom ein ist eben ein ist es Wir könnten einfach einen Gnome nehmen. Ich muss ganz kurz gucken, dass es sich für Unterarten gibt. Also wir machen einen Halb-Org. Ich meine, warum nicht? Oder? Ah, ich weiß es nicht. Schwierig. Zu viele Entscheidungen. Wir machen Menschen. Komm, scheiß drauf. Wir machen einfach einen Menschen. Beides in dieser Größe. Weil niemand Mensch geschrieben hat. Ein Halb-Waldelf und ein Halb-Mensch. Zusammen unterwegs. Oder wir machen zwei Halb-Waldelfen. Ja, wir machen das jetzt so. Zwei Halb-Waldelfen. Obwohl die Diversität dann ein bisschen, das irgendwie auch ein bisschen schadet, zum Gucken, was ist cool und was nicht. Wir machen einen Halb-Org. Einfach, weil es irgendwie ein bisschen spannender ist. Machen wir das so. Remarkable. Good luck. Follow your insight. Remarkable. Truly. Auswürfeln? Naja, kann man das. Und das nur aussehen zufällig. Ne, ne, Halb-Org ist schon gut. Glaub ich. Ne, ich weiss es nicht. Gott, verdammte Axt. Jetzt nochmal. Ich und Entscheidungen. Super. Ach, ich mache es einfach boring. Will man einfach zwei Halb-Waldelfen. Nimm Zwerg aus dem guten Tank. Ugh. Ah. Ahm. Naja, okay, komm, der Halbock. Ja, steht, ich brauche einen Wächter zu wählen, ich habe keine Ahnung. Okay, das passt schon. Weiter geht's. 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 ps들 sind live agora dann? shore. oderinnen? Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, ich hab keine Ahnung, aber es sah cool aus. Das war's für heute. Oh, mein Herz. Mit meiner Charakterstellung fühle ich das. Also. Okay, J drücken zum Entkommen. Beziehungsweise Tagebuch. Best, Entkommen. Jawohl. Kann ich das auch gerade anzeigen? Nein. Okay. Schenkelschuss. Springen, Verstecken, Werfen, Spurten, Rückzug. Okay, das sind alle Fähigkeiten, die wir haben. Ja, wir müssen irgendwie entkommen. Da haben wir eine Tür. So, ich bin jetzt direkt vor der Gegenswörter. Ich mach mich mal hier rüber. Dann seht ihr nämlich die Karte rechts noch. Mal sehen, was das macht. Mal sehen, wenn wir nicht attackiert wurden. Das ist der Pool, der von Bing kam. Der Parasite, der jetzt hinter deinem Augen schreit. Mal sehen. Ist ein Tipps überhaupt erwünscht? Wenn ich aktiv danach frage, ist ein Tipps erwünscht. Ins Becken greifen. Können einfach, ja. Nachforschung. Ich würd sagen, wir forschen zuerst mal nach, ne? Okay, Fähigkeitswurf. Naja, es ist halt, ne? Es ist D&D mäßig aufgeweist, ja klar. Fähigkeitswürfe allgemeinste Teule. Mache, Dialogoptionen erfordern einen Fähigkeitswurf. Einen Würfelwurf, der mindestens die Zielzahl erreichen muss. Die Fähigkeiten eines Charaktes fügen dem Wurf einen Bonus hinzu. Okay. Ja, das sind, das sind, so wie ich aussehe, so wie ich es verstehe, sind das hier die Boni, die ich habe. Oder Nachteile, die ich habe, ne? Kopfgeld hergeben wir halt ein Plus 2 für Nachforschung. Ist das halt ein bisschen schlechter. Klicken. Eine 7. Okay. Ist eine 8. Tja, das war schon für den Start mal scheiße. Ist Lautstärke überhaupt gut, Chat? Ans Becken greifen. Ah, wir machen das mal. Ich bin neugierig, was passiert. Scheiße. Ich habe Lebensfrucht verloren. Oh. Wenn wir alles nehmen, ne? Er ist gestorben. Was ist das? Was kann ich... Ah, mit C kann ich verstecken. Okay. Okay. Ich nehme an, ins Feuer oder so, sollten wir nicht laufen. Genesung. Ah! Ja, das ist super, dass ich mich besser fühle. Kann ich eigentlich auch... Achso, ich kann die Sicht auch drehen. Super. Okay, das ist das, was ich wollte. Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen, ja? Ihr müsst, wie gesagt, sehr nachsichtig mit mir sein. Tipps für Fähigkeiten oder auch, ähm, ähm, irgendwas zu klicken. Das dürft ihr gerne in den Chat reinschreiben, wenn ihr wollt. Nichts spoilern, aber natürlich. Oh, das ist ein Goblin. Der ist tot. Was? Ja, Gold. Nehmen wir an, der Goblin braucht es nicht. Hier. Mit der Alt-Taste kann man Sachen hervorheben. Super. Okay. Imagen von Goblinen, ihre Habitte und Historie, flaschen in eurem Geist. Okay. Da muss ich nochmal schnell zurück. Alt ist ganz wichtig. Super. Ja, ja, ich helfe gleich. Knorpelige Truhe ist da oben. Da ist die Frage, wie kam ich da hin? Also ganz kurz. Den haben wir gelootet. Kann ich hier, für Zufall, so hoch? Glücklich, dass ich es rauskriege. Okay, bin ich so frei, hier doch nochmal schnell reinzuschauen. Visions projekten in eurem Geist. Ein Nautiloid, durch die Pläne, resplendent mit psionischen Energie. Okay. Okay. Dann laufen wir mal wieder runter. Die wichtigen Sachen haben wir hier. Wahrscheinlich kann ich das verrühren. Okay. Also wie gesagt, als absolute Noob und Neuling springen wir hier einfach rein, ja? Das ist zumindest die Idee da. Schmieriger Stuhl. Ja, ja, ich helfe gleich. Vom Stuhl jetzt? Ja, wahrscheinlich schon. Ein Hirnglas. Die Schematik ein Nautiloid Flaschen hinter dir. Nerves, Sinews. As much living being as ship. Mindflayer Multiculture. ja ich weiß noch nicht ob das eine gute idee ist sie vorgezogen die weiter ein neural apparat ich bin zu sehen dass man das kreis das kreis die rettungswürfe ist gerade gescheitert die rettungswürfe sind hinterm hinter der kamera gewesen mit wem riecht da ein mann oder einem gehirn das will ich mal wissen ok hirn zerstören klingt es hätte die angst warum ich würde das ich wir untersuchen das offene gehirn mal wir suchen es noch mal das problem ist dass ich halt nicht so intelligent bin na gut ich habe ein Wir versuchen es mal rauszunehmen. Keine Ahnung. Ich bin abenteuerlustig. Let's go. Okay. Die Soundkulisse ist etwas laut, nicht wahr? Ja, wir machen das. Doch, wir machen das. Wir machen es gefügiger. Scheiße. Scheiße. Uh-oh. Wir haben es gefügiger. Wir haben es gefügiger. Warte, warte, warte. Was? Das haut ab. Verdammt. Okay. Das war nicht gut. Obviamente. Ich habe es noch nicht gelootet. Ich muss noch eine Lösung finden für die nächste Folge. Ich will das. Ich versuche es. Okay. Was war denn? Dann suche ich mal. Es geht noch. Du bist nur zuerst. 1.000 Jahre der humanistischen Geschichte. Elbe, Dwarfs, Menschen und mehr. Flasche hinter deinen Augen. Das ist ja cool gemacht. Mega geil. Du kannst die Kamera in der Zeit wieder auf. Ich mach mich mal hier hin. Ich weiß noch nicht, ob das optimal ist, aber wir machen es mal. Jetzt habe ich nicht gelesen, was steht als Tipp. Super. Egal, wir gehen mal weiter. Achso, ich kann es irgendwie wieder zentrieren. Aber wie zentriere ich? Es ist auch blöd hier. Die Tooltips sind ja nicht so wichtig, würde ich mal. Ja, töte mich mal lieber nicht. Das ist dein Ende. Deine Kopf schlägt, und deine Haut schlägt. Visions schlägt. Ein Drogon, eine Silber-Sword. Und ein Flasch von deinem Gesicht, gesehen durch die Strange-Womans-Eyes. Oh, mein Kopf. Was ist das? Sklau. Du bist kein Sklau. Flakith schlägt mich diesen Tag. Zusammen können wir überleben. Flakith schlägt mich. Ich frage mal, wieso sie denkt, dass ich ein Sklau sei. Wir tragen Mindflayer-Parasite. Obwohl wir wegkommen. Obwohl wir geschehen. Obwohl wir geschehen. Unsere Körper und Gedanken werden schlägt und schlägt. Inneren Tagen werden wir Gehle. Mindflayer. Okay. Wir können nichts tun, bis wir wegkommen. Das muss unsere Priorität sein. Erstens. Wir exterminieren die Hände. Dann finden wir den Helm und kontrollieren das Schiff. Wir werden die Sache für eine Kürzung für diese Infection, nachdem wir das Materialpläne zu erreichen. Wir sind jetzt in der Initiative. Es ist unser Zug. Oh, alter Schwede. Keine Ahnung, Mann. Was haben wir hier? Springen. Wie weit ich springen kann. Verstecken. Werfen. Spurten. Rückzug. Aufschlag. Ob ich habe hier einen Bogen, ne? Sturmangriff. Fernkampfangriff. Okay, hier kann ich wellen. Nichts wichtig ist immer einfach. Aha, ich kann hier unten weh- äh äh ändern. Ich würde sagen, wir machen einfach mal einen normalen. Pfeil. 95% und okay. Wird noch nicht. Ich kann hier noch wechseln, sehe ich gerade. Alright. Ah, so warte mal schnell. Jetzt muss ich was gucken. So, das einzige was ich jetzt machen kann, ist ich kann mich noch bewegen, ne? Ja, das ist okay. Was hat sie? Auch einen Bogen? Ich versuche das nochmal, ich will mal kurz gucken, ob das jedes Mal fällt oder ob ich mega Pech hatte. Okay, ich hatte mega Pech. Was haben wir hier? Eintauchen. Stoßen. Ich werde einfach mal so fein, wir beenden den Zug hier. Ich werde einfach mal so fein, wir beenden den Zug hier. So, dann lassen die anderen mal dran. Die Waffe wechseln kostet mich jedes Mal. Ja, das habe ich gesehen. Okay, Spurken. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt wieder fail, was haben wir denn hier? ja, das war missklickt. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich das wegziehen kann. Du hast mir Glück. Ich bin immer noch auf meinem Bein. Du hast dir in der Rückruf gefeuert. Jetzt, nach den Höll. Manche Verbündungen können dich bei deinen Abenteuern begleiten. Du kannst sie genauso steuern wie dein eigener Charakter. Super. Lass mal schnell alles nehmen was wir hier haben. Teufelchen, ja warum nicht, warum Säbel. Wir sind immer eine Haupt- und eine Sekundäraktion zum Beispiel mit Draufhahn und unter einer Knaufschlage hinterher, alles klar. Konnte aber ein bisschen noch mal ragdarn, würde ich meinen, was alles geht und was nicht geht. Zentakel-Aquarium, ja schön, wie die sie hier haben. Ein Haltwang, cool. Ja, immer Genesung, obwohl wir waren das gar nicht. Wir nehmen einfach mal alles mit. Wir können ein Schleifchen machen, wenn wir Bock haben. Okay, weiter geht's. Geh ich den schon? Nein. Ja, bin ja dran. Gold. Hier sie folgt, das ist dann schon gut. Okay, ganz klar. Drücken. Drücken. Kann ich mit denen noch reden? Der Mann ist tot, aber er ist total unresponsiv. Verdammt! Okay, warte mal schnell, da ist noch jemand drin. Du! Geh mich aus, Frau Captain! Wir haben keine Zeit für Struggler. Wir suchen mal nach einem Mechanismus. Die Konstruktion ist zu alien. Nichts sieht so ausreichend. Dieses Schiff ist kraschend. Willst du, um einen Stranger zu sterben? Ich versuche die Konstruktion neben dem Pott. Sie haben etwas gemacht, als sie mich in versuchten. Geh, schnell! Geh! Puff. Okay, ich habe eine mysteriöse Flüssigkeit geöffnet. Gewacht. Keine Ahnung. Haha. Shit. Also das Leben hat kein angegriffen werden, ja? Ich habe es gerade herausgefunden. Oh shit. Alles, was in diesem Schiff befindet, muss das Ding aufzuhören. Zeit, um zu streichen. Okay. Wir sind zuerst. Ah, ich kann nicht sogar meinen Wundern fangen. Ja, die mysteriöse Flüssigkeit ist nicht so gut, glaube ich. Ich bin immer so frei und bewege mich schon schnell hier nach hinten. Ich bin immer so frei und bewege mich schon schnell hier nach hinten. Okay. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so gut, dass wir da auf diese Flüssigkeit raus sind. Okay. Kann ich noch Knaufschlag machen? Nice. Okay. Ich gehe mal mit ihr schnell weg. Okay, ich schlips es. Ich gehe mal mit ihr schnell weg. Weil ich das nicht mit ihr machen möchte. Sondern mit... Nein, 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 nein. Sondern mit unserem eigenen. Wir haben nichts dabei. Sollst du schon schnell gucken? Lass mich raus! Du wirst keine Knaufschlag machen. Achso, weil sie noch aktiv dran ist. Ich wünschte, dass ich etwas mehr interessanter ist. Verdammt! Die Konsole ist schlussend. Wir suchen mal nach dem Schalter. Wir suchen mal nach dem Schalter. Wir machen mal keinen Hieb. Ich suche mal nach dem, was man da vielleicht reintun kann. Was ist das? Aha. Ich bin schön. Oh. Ein Gehirn und ein Kind. Das ist eine Schlage. Ich würde mal sagen, wir drücken das nicht. Das, was ich jetzt genommen habe, versuche ich mal hier hin zu rein zu machen. Ja. Das wissen wir ja schon. Aber wenn wir einen empty Socket haben, können wir noch irgendetwas... Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Nein! Warte! Ich habe ein bisschen Angst, was passiert, wenn ich das drücke. Das ist eigentlich mit dem geofferten Kultisten. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn ich drücke, dass da was passiert. Ich mache es trotzdem an. Die bionische Energie radiert von den Kriegern. Aber sie reagieren nicht. Ups. Jetzt habe ich die aus Versehen aktiviert. Wir bewegen uns schnell hier hin, dass ich bessere Sicht habe. Und dann mal schnell zurück. Das war super unklug. Mache ich noch einen Knauf? Ne, wir warten mal schnell. Der muss ja eh mit zu mir latschen, ne? Oh shit. Ich kann das Ding einfach zaubern. Leer Moinsen. Warte mal schnell. Ja, Moment. Ja, wir probieren es. Dann machen wir erstmal der Knopf. Wahrscheinlich ist das... Das wäre wahrscheinlich für die anderen zwei, ne? Aber wenn ich dem Ding in den Hieb versetze, dann... Ja, komm. Ja, ja. Wir probieren es jetzt an mit dem Hieb. Nichts. Nichts. Die Konsole bleibt dormant. Super. Gefangene... Lass mich raus! Okay. Wir suchen... Wir müssen nach rechts. Wir suchen mal schnell hier vorne was. Vielleicht finden wir hier irgendetwas. Was? Scra... Wie viele Hosts haben diese Geh-Infektive... Diese Frau ist in der Pod. Sie hat dich nicht bemerkt. Ich würde sie sehen. Okay, Moment mal schnell. Niveau. So wollen wir irgendetwas machen da. Knallfrei. Sklalter Verstand. Na Rune. Tagebuch aktualisiert. Rette die Gefangenen. Okay, damit können wir die retten. Wir drücken das hier noch nicht. Ich drücke mal noch keine Knöpfe. Okay, wir retten sie mal zuerst. Vielleicht nicht weiß, ob das hier auch nochmal Auswirkungen hat. Kann ja eigentlich drehen, ne? Ah, warte mal schnell, hier liegt noch jemand. Uh, goldener Schlüssel. So, also, jetzt habe ich hier die Anleitung, ne? Wir ruhen in die Fassung einsetzen. Okay, wir versuchen das zuerst mal. Wir versuchen es einfach mal. Oh Gott, oh Gott. Ja, sehr gut. Dann legen wir die Hand drauf. Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. The parasite. Then discomfort fades and another sensation washes over you. Connection. Authority. Ich versuche, die mit Willenskraft auszuzwingen. Oh ja, das schafft mich eh, ne? Ist auch wenn wir in die Eins werfen, ist völlig egal. Eins ist Autofill? You feel the biomechanical brain of the console process your command. And you do it. A shiver runs across your mind. Eins ist Autofill? Okay. Okay, ja, ich habe ja aus Versehen, die Flüssigkeit dahin getan. Oh ja, ich habe ja aus Versehen, die Flüssigkeit dahin getan. Jetzt geht's durch. Because you have a gift with you. You keep dangerous company. Ähm. Machen wir das Oper hier. Gefällige Gesellschaft ist gut. Landpunkt. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Okay, warte mal schnell, äh, wir besprechen mal schnell die Verbindung hier. Ich habe es gemacht. Es muss sein, dass es wegen der Parasite, die wir in uns gelegt haben. Aber das muss ich wohnen. Wir werden uns helfen oder nicht? Shadowheart. Einen Moment. Was ist das? Es ist nichts. Fass mich, genug von diesem Schatten. Wir müssen jetzt auf den Helm kommen. Jetzt. Sie ist richtig. Lied auf. Okay. Mega suspicious. Aber ein Rucksack ist hier. Aber ich habe ihn gar nicht gesehen. Blutstein. So, wisst ihr was? Dann klicken wir das hier vorne jetzt. Weil jetzt doch wissen wir, was da passiert. Okay? Ich bin doch neugierig. Ja, so. Er hat es mitgenommen. Wir wissen jetzt, dass wir was aktivieren damit. Also machen wir das mal. Kain-Char. Kann ich das öffnen oder nicht töten da drin ist? Wenig Kraft, Dankeschön, man fehlt drei Monate, Dankeschön, ich schuf eins auf. Ja, das weiß ich schon. Wenn ich es nochmal aktiviere, was passiert dann? Es ist bereits fertig. Ja, wir gehen jetzt raus. Okay, da geht's. Okay, da geht's. Okay. Okay, das ist tot. Ja, der ist auch tot. Gut, der ist auch tot. Okay, wir müssen da vorne hin. Der hat sechs. Könnte dann nach links weg, ne? Als nächstes kommt eh sie dran. Serious, dankeschön, man für den Prime, danke für zehn Monate. Sehr gut. Das Problem ist, ich kann nicht widerstehen, da schnell alles zu schicken. Auch in der Initiative, das ist mir so scheißegal. Okay. Okay. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Wir hätten noch Stoßen, aber allzu weit laufen kann ich ja eh nicht mehr. Genau zu sein gar nicht mehr. Was soll ich tun? Okay. Zwei bis sieben Schaden. Okay. Zwei bis sieben Schaden. Zwei bis sieben Schaden. Achso, mit Rechtskill kann ich die untersuchen, super. Okay, der Gelegenheitsangriff ist klar. Zwei bis sieben Schaden. Ein bisschen wenig, ne? Zwei bis sieben Schaden. Okay. So, jetzt stämme ich mal schnell hier hin. Sie kommt da eh vorher nochmal dran. Das ist unkackig. Au. So, wir müssen diese, in diesen 15 Zügen müssen wir diesen Hebel noch getelligt haben hier, ne? Richtig. Wir könnten es mit einem Schlag töten unter Umständen, ne? Soh, damit ist es tot. Nein, 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 scheiße, ich missklick noch ein bisschen viel. Okay, wir looten gar nicht allzu viel, sondern wir bewegen uns langsam vorwärts gleich. Also hier vorne durch. So, die haben beide ein bisschen viel HP, da will ich mich nicht einmischen. Nein, nein, nein. Ich wollte es noch abbrechen. Ich habe keine Ahnung, was es für eine Müssigkeit ist, ne? Oh, den habe ich nicht gelootet. Okay, warte mal schnell, die, die... Weißt du was, ich bewege mich mal schnell hier hin und ich schieße trotzdem auf ihn. Wir unterstützen den da schnell. Ich weiß nicht, was wir hier haben. Ich bezweifle, dass wir den Tod kriegen. Wie mehr Sinn macht es eigentlich durchzugehen. Chat nicht zu viel Spallern, ja? Machen wir gleich. Achso, das sind schon wieder naiv. Verdammt. Das Schiff hat auf den Boden. Wir sind tot. Ich muss weitergehen. Ich kann nicht aufzuhören, dass ich aufzuhören kann. Tja, das ist nicht erreichbar. Du würdest versuchen, das Schwer zu kriegen? Ja, ist irgendwie zu riskant. Ich glaube, der macht mich mit einem Schlag nett. Deswegen machen wir das nicht. Der kann sicher schießen. Das ist immerhin mal raus. Oh, oh. Okay, viel Schlag. 40 Prozent. Hey, wir suchen hier rauszukommen. Der andere macht, der 16 erhältst. Hast du genügend Züge? Naja, ich weiß schon, das wurde ja schon gespoilert, dass ich den töten kann. Es heißt ja schon, dass ich daneben stehen kann und den auf ihn einprügeln kann, weil er eh nur den schlägt. Aber das hätte ich jetzt nicht gemacht, wenn ich es nicht wissen würde. Deswegen mache ich es auch nicht, weil der Chat das so gespoilert hat. Das gehört für mich alles zu Sachen, die gespoilert werden dazu. Ich weiß theoretisch auch nicht, dass der eine coole Waffe droppt oder nicht. Ähm, und für mich ist er einfach zu stark. Deswegen machen wir das nicht. Ich hatte am Anfang gesagt, Tipps gerne, aber nicht spoilern. Das ist ganz klar Spoiler, dass man sagt, ja, der greift nur den an, kannst du ihn töten, der hat eine Waffe drin. Und dann einfach, ne? Dementsprechend machen wir nicht. Wir schießen mit dem Pfeil ein bisschen drauf, das ist das, was ich normalerweise machen würde. Um aus der Distanz, von der Distanz aus zu arbeiten. Okay, ist alles leer. Und halt looten, was geht. Okay. Okay, halt mal schnell, machen wir noch so weit, wie wir können. Ich versuche den jetzt trotzdem noch mit einem Pfahl zu brechen. Nein, Fehlschlag. Verdammt, zu stark. Ja, und das ist halt die Art und Weise, wie ich spielen würde. Das ist auf meinem Weg. Deswegen, ja. Ich lasse selber erkunden. Ich will selber erkunden, selber herausfinden und nicht zu viel Spoiler kriegen. Ich glaube, ist nachvollziehbar. Auf meinem Weg. Ich will es eigentlich mit meinem Charakter machen. Deswegen... Ich habe es doch richtig gesehen. Da tauchen neue auf. Okay, raus hier. Die Helm's alien transponder. You've made it in time. You've made it in time. Uh. Okay. 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 Ich bin gespannt, wo wir hinkommen, was passiert. Ich bin gespannt, was ich hier sehen. Ah! Okay, hier liegen wir nun. Wir untersuchen uns mal nach Verletzungen. Obwohl, wir machen das so. In der nächsten Folge untersuchen wir uns nach Verletzungen. Obwohl, es macht mehr Sinn, wenn nicht schnell... Okay, wir untersuchen uns jetzt schnell nach Verletzungen. Okay, ein Heilmittel brauchen wir. Ja, ein Heilmittel. Schöne Stelle hier, super. Okay, also, dann war das mal die erste Folge. Das, was auf YouTube kommt. Like da lassen, wenn ihr es am LP-Channel guckt. Gerne ab in die Kommentare, wie ihr es bis jetzt fandet. Und immer daran denken, das ist für mich alles neu. Wir lernen Schritt für Schritt. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Baustoff. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.